Servus und Hallo zu Relicta. Wir sind auf Seftrop oder so ähnlich heißt es. Rätsel Nummer 2. Die Rätsel werden wirklich unglaublich groß und unglaublich umfangreich. Muss man erst mal anschauen, was hier geboten ist. Hier war... Boah. Was machen das? Okay. War das schlau? Ich weiß es nicht. Was macht das Ding? Es verschiebt es da rüber. Das scheint mir schon mal nicht schlecht zu sein. Okay. Ich meine, die Kiste jetzt mal da. Da. Mach mal die Kiste da rüber. Jetzt... Wo ist das Teil? Da oben muss es hin. Okay. Das muss ja zum Macher sein, dass wir das da hinbekommen. Ja, das ist ja da eingesperrt. Dann machen wir... Es wird blau. Dann machen wir das rot. Und schießen wir mal rüber. Sehr gut. Und dann rot. Und das war's. Yay. Das war der Teil von dem Rätsel. Geht's hier weiter, oder? Wo ist denn hier was? Boah. Okay. Ah, da ist ein Aufzug. Es gehört weiter zu diesem Rätsel, weil da der Teleporter noch greift. Okay. Wo muss ich letztendlich hin? Wo ist der Ausgang? Hier. Da habe ich zwei eins. Da hinten irgendwo. Und das zweite hier drin. Ich muss jetzt erstmal dahinter kommen, dass ich das einschalte. Spannend. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, wie ich das gelöst habe. Was macht das Teil? Ich schiebe da was hin und hier, wo die Kiste hin kann. Okay. Ich bekomme da eine Kiste rüber. Hier, hier. Hier kommt nichts durch. Okay, das ist schon mal ungünstig. Was machen die? Du drehst das Teil. Und du? Jetzt ist hoch und runter. So, so, so. Und das oben, schießt das oben drüber. Nein. Ganz toll. Das bringt mir quasi nichts. Das bringt mir quasi nichts. Moment. Ich habe eine Idee. Okay. Da komm halt hier. Hier. Hier hin. Hier rauf. Dann machen wir das. Einmal blau. Das machen wir rot. Das machen wir wieder weg. Das machen wir runter. Das machen wir auch blau. Das machen wir rot. Schauen wir mal. Ha. Ha. Hat funktioniert. Sehr gut. Wo muss es als erstes hin? Ich glaube ich schieße jetzt erstmal da zu dem hinteren Teil. Was hat das jetzt? Das hast du ja da ohne Probleme durch. Dann machen wir das blau. Und das rot. Gut. Dann machen wir es einfach gar nichts. Was hat das jetzt? Okay. Das war das eine. Das ist jetzt aktiviert. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Dann machen wir die Kiste machen wir jetzt wieder rot. Gut. Und das wenn ich jetzt blau mache schießt es rüber. Äh. Ich hab gesagt blau. Ich klebe das da dran. Jetzt fahren wir das vor. Jetzt wird es da rüber schießen. Das drehen und das da hin. jetzt hafen wir jetzt weiter. Das funktioniert es so. Ich mach mal das blau machen. Das machen wir weg. Das machen wir rot. Das drehen wir. Noch falsch gedreht. jetzt ist es schief schieste schief nach hinten ist mit erstmal überhaupt nichts bringt wenn er da schief nach hinten schießt nicht ist auch noch blau machten oder so bisserl an drei hat das hier schief nach hinten schießt halt die frage jetzt ne das weg macht schießt es jetzt danach hinten dann hat es nicht gereicht ist es schon mal ärgerlich ok jetzt kann es theoretisch nach oben schießen theoretisch muss mich da drauf stellen das dann vielleicht mach das mal eben rot ist blau kommst weg rot bist du auch blau dann bist du da hinten rot auch blau wenn du das jetzt rot mach machen wir mal jetzt blau ach ja funktioniert ja ok ich habe jetzt irgendwas gemacht das ding ist weg und der aufzug ist da dem hier rauffahren lässt bringt quasi auch nichts oder muss denn das teil dahin es muss da nach oben ah ok problem erkannt ich glaube ich bin richtig dran so könnte es was werden da bisschen weiter rüber da jetzt haben wir es sehr schön ups ich muss das von da hinten aus das war's für dieses rätsel ich sage vielen dank fürs ansehen servus tschüss bis zum nächsten mal bei